Musik Wir treten in English Equitation an, das heißt die Trainerinnen und Trainer sagen uns die Aufgaben an und wir müssen es ausführen. Man muss auch stehen bleiben, das ist für mich das Schwerste, dass ich es machen muss. Ich hoffe, dass das heute, ich muss mich bemühen und ich möchte schauen, dass das heute besser wird und nicht aufgeben, sondern das Pferdschwung geben und nicht mehr lächeln. Ich gehe gerne draußen raten oder im Viereck, das ist mein erstes Mal beim Ratten in Berlin. Bei Weltspielen werden die Pferde immer gestellt, damit faire Voraussetzungen sind. Man denkt sich immer nur, die Athleten, die Sportler sind nervös, aber wir sind noch mehr nervös. Ich habe gestern nur gezittert, weil du stehst draußen, du hast alles geübt mit ihnen, du denkst es klappt, die können die Figuren und dann wird eine Tour doppelt geritten, dann wird plötzlich irgendwas nicht weiter geritten und du stehst draußen und verhungerst und schreist rein und denkst auch hoffentlich geht das glatt und wir hatten gestern drei Medaillen. Gitarrable aus der Bühne ndrunken für Practorium und den kreis die Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018